hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge von timberborn und wie man hier vielleicht schon sieht also da oben so in der ecke update 6 der letzten woche ich glaube in der ersten folge sogar der letzten woche der ersten timberborn folge der ersten timberborn woche die versprecher start wie im bilderbuch start wie im bilderbuch oder aus wie aus dem bilderbuch gut also nicht wie gesagt wie in der ersten timberborn woche zum start der ersten timberborn woche bereits angesprochen 6 ist raus wunder des wassers heißt dieses update gehen wir ganz kurz nur die liste durch wir haben jetzt dreidimensionales wasserverhalten darunter ist unter anderem zu verstehen dass es jetzt wenn die gegebenheiten entsprechend gegeben sind eben halt nicht gegeben dass man wenn man besser wasser fälle hat also was auch wirklich nicht wie ein wasserfall verhält also so also dreidimensionales wasserverhalten wir werden das wahrscheinlich jetzt bei mir vielleicht nicht so sehen aber überhänge und automatische schützen schützen überhänge und automatische schütze bei den automatischen schütze da weiß ich das war etwas was sich wohl die community gewünscht hat und von den entwicklern entsprechend umgesetzt wurde die fanden das auch toll genauso wie man ja jetzt hier die möglichkeit hat im spiel die tastatur belegung zu verändern auch das war ein ein wunsch aus der community und man sieht also hier die entwickler von timberborn die hören sehr wohl auf das was sich die leute so wünschen und wenn das dinge sind wo die entwickler sagen ist eigentlich eine gute idee dann setzen die das auch um so ich brauche ich brauche wieder ein bisschen koffein am start sonst bin ich nur ein halber opa auch wenn ich ein entspannungs opa bin aber so viel koffein muss sein so dann haben wir wunder und freischaltbarer und wunder und freischaltbarer flexibler start genau sein soll also mit dem wundern ja da ich meine gibt es schon irgendwie oder hat sich da noch was geändert freischaltbarer flexibel start weiß ich jetzt nicht müsste ich mich mal schlau machen was da jetzt genau mit gemeint ist neue karten und kartenüberarbeitung wurden durchgeführt auch nicht verkehrt dann gibt es jetzt äh weitere sprachen traditionelles chinesisch türkisch und thai sprachen das ist auch sehr 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 cool äh steam workshop unterstützung äh routenanpassung neue animationen und mehr routenanpassung was haben die mit den routen gemacht so wenn man mehr lesen will dann müsste man hier jetzt klicken dann kommen wir auf eine webseite und dann steht das alles schön in detail aber halt in englisch gut ist hier heutzutage auch kein problem mehr übersetzungs funktionen in verschiedene sprachen haben die unterschiedlichsten browser ja mittlerweile zu bieten also von daher easy peasy so und was ganz kurz wir gucken direkt wir machen direkt hier ich wir setzen fort ganz klar wird geladen also die versprechen dass das geladen wird ich hoffe es wird geladen und sonst so die war so eure letzte woche alles gut gelaufen bei mir war es ganz okay kann mir nicht mehr klagen das spiel wird immer noch geladen ich habe es letztens ausprobiert ich wollte von der kapp natürlich auch das mit dem update 6 auch funktioniert hier mit meinem alten spielstand im update 5 ich höre was alles klar so es ist natürlich wie immer nacht und wir sind noch im 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 pause modus so dann gehen wir doch einfach mal die liste durch Ich fang mal hier ganz rechts an mit den Monumenten, das ist das, was wir schon immer gekannt haben. Ja, dieses Monument des Bauern, Feuerschale und Freundschaft kennen wir. Brunnen der Freude. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nie so drauf geachtet, weil das eine Sache ist, die jetzt für mich erstmal so hinten dran immer gestanden hat. Schon alleine hier von den Wissenschaftspunkten, die man dafür benötigt, um so eins von diesen Monumenten freizuschalten. Ich meine, hier 1K geht ja noch. 3K, schon eine Hausnummer, aber hier 12K und 20K, aber hallo. Erdbegrüner. Hier, da steht schon Wunder des... Was ist Wunder? Der Gipfel der Biberkonstruktion. Okay, das ist das Wunder. Alles klar. Das andere, dann ist das hier neu. Ja, die anderen Sachen gab es schon, aber hier, das ist das Wunder von dem die Sprache war. Okay, Dekorationen. Ich glaube, soweit ich das überblicken kann, ist da jetzt nichts Neues dazu gekommen. Diesen Nachrichtenfall, den habe ich euch in der letzten Woche unterschlagen. Den habe ich hier in der zweiten, in dem zweiten Distrikt, ich will mal die zweite Siedlung sagen. Unterbreche mich dann immer ständig, dann automatisch selber, wenn ich merke, du willst schon wieder Unsinn reden. Da, 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 da sieht man ihn. Wie gesagt, ein bisschen duster im Augenblick, aber ich hoffe, man kann ihn trotzdem erkennen. Dann kommt er ganz gut. Das finde ich auch geil. Dann komme ich hier sehr, sehr nah ans Geschehen dran. Das finde ich super. Das würde ich mir bei vielen Spielen wünschen. Spielen dieser Art, dass man sehr nah ans Geschehen kommt. Moment mal. Entschuldigung. Juhu, hallo, da bin ich wieder. Lauter Begeisterung hier, schon wieder. Da ist wieder die Hälfte. Ja, ne, also wie gesagt, das finde ich sehr, sehr cool, dass die da... Guckt euch das mal an. Also man könnte... Wow. Ich habe es doch immer noch nie ausprobiert. Was? Ist ja endlos. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Sehr geil. Ja, also man könnte es hier, wenn die hier wirklich etwas geschrieben hätten, man könnte es lesen. Es wäre überhaupt kein Problem. Und man kommt auf der anderen Seite auch relativ weit raus. Auch das ist etwas, was ich mir bei anderen Spielen dieser Art beispielsweise so wünschen würde, dass man halt auch sehr weit rauskommen kann. Ja, also die Scroll... Tiefe, Weite und so weiter. On top. Besser geht es nicht. Ja, aber wir waren hier mit den Dingern erstmal hier beschäftigt. Also die Dächer... Das könnte ich mir vorstellen. Moment mal, ein Dach. Zwei mal drei. Entweder habe ich es bis jetzt immer übersehen. Oder das könnte sein, dass das neu ist, dieses 3x2 Dach. Hm. Okay, aber wie gesagt, ansonsten, die Dächer waren eigentlich immer mit dabei. Also hier, eventuell das, falls ich es nicht übersehen haben sollte. Ich müsste da mal eins von meinen älteren Videos, wenn ich dran denke, mal anschauen, ob ich da einen Unterschied feststellen kann. So, das sind die Dekorationen. Wohlbefinden... Das ist... Dekorteur. Und die Schlepper. Hm. Das könnte neu sein. Also das hier, das kenne ich, da bin ich mir auch ziemlich sicher, das gibt es schon etwas länger. Aber dieses Teil hier... Da war ja was von Routendien und Bearbeitung die Rede. Das könnte hier echt tatsächlich neu sein. So, Wissenschaft... Ja, ne, da ist alles altbekannt. Und Energie... Nein, nix Neues dabei. Hm. Hier ist bei der... Vertikalen Antriebswelle. Meine Güte. Bei der vertikalen Antriebswelle. Jetzt nicht so sicher. Könnte neu sein. Das Teil hier, die meine ich, das gibt es schon länger. Aufwärts gerichtete Antriebswelle. Hm, ja, also da... Ich sag mal, diese drei wären zumindest diese hier. Die anderen beiden weiß ich jetzt so auswendig nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, die gibt es auch schon länger. Muss ich gucken. Muss ich halt jetzt auch gucken. So, das ist altbekannt. Im Bereich Holz. Nix Neues dabei. Dazugekommen. Nahrungstechnisch auch alles beim Alten. Da ist nichts weiter dabei. Aber hier beim Wasser. Nein, ich wäre was gewesen. Oder... War das Wasser? Wasserpumpe? Ne, es war nicht Wasser. Das ist auch alles bekannt. Wohnen. Nix dazugekommen. Da ist nichts Neues. Ähm, hier die Sachen. Das ist auch alles bekannt. Hier geht's los. Hier geht's los. Äh, das ist dieses Schütz. Ein unidirektionaler automatischer Wasserabfluss. Stabil. Andere Gebäude können auf dieses Gebäude gebaut werden. Äh, das kennt man ja. Das Ding hier, das ist eine wirklich geile Sache. Ähm, werden wir wahrscheinlich kennenlernen. Werden wir sehr wahrscheinlich kennenlernen. Dann undurchlässiger Boden. Wir hatten bis jetzt hier diese Kontaminierungsbarriere. Und jetzt gibt es zusätzlich noch den undurchlässigen Boden. Eine Bodenplatte, die das Durchsickern von Wasser verhindert. Also generell. Ja, also nicht nur hier Faulwasser. Äh, äh, äh. Sondern halt auch. Ja, hier. Also generell. Wenn man sagt, ich möchte hier in dem Gebiet. Keine Feuchtigkeit. Aus welchen Gründen auch immer. Dann hat man jetzt die Möglichkeit, diesen undurchlässigen Boden zu nutzen. So. Prost Kaffee. So. Entschuldigung. So. Das kennen wir. Erdbagger kennen wir. Geländeblock ist alles alt bekannt. Hier wird sich... Ah, ja. Genau, genau, genau. Das ist auch... Da war bei den Hängebrücken war da, soweit ich weiß, Feierabend. Das waren dann die letzten Geschichten, die man hier bauen konnte. Im Bereich, sag mal so, Wegefahre. Jetzt gibt es Überhänge. In verschiedener Größe, Ausführung. Hast du nicht gesehen? Metallblatt... Metallplattform... Ich mein, das wäre auch neu. Äh... Eine herausragende Plattform, die als Brücke oder Fundament für andere Gebäude dienen kann. Das wird... Cool. Das wird sehr gut. Sehr cool. Ja, da gibt es also hier diese verschiedenen Größen. Dann Metallplattform. Eine Metallplattform, die von einer robusten Mittelsäule getragen wird. Andere Gebäude können... Auch das ist eine coole Sache. Ja, also da gibt es jetzt da... Da tun sich neue Welten auf. Wenn man so will. Was genau sich dahinter verbirgt, werden wir wahrscheinlich hier auch kennenlernen. Aber ich glaube, ihr könnt es euch wahrscheinlich fast vorstellen. So Prioritäten ist alles klar. Da hat sich nichts getan. Hier auch Pflanzen ohne Gedingse und so weiter und so fort. Das sind äh... Als bekannte Dinge. Äh... Ja... Bäume fällen. Was will man da großartig anders machen? So. Das ist soweit die Kurzvorstellung. Äh... Apropos Kurzvorstellung. Versagt die Zeit. Eieieiei... Gut. Ein bisschen haben wir noch. Äh... Also ganz nebenbei gefragt. Was haben wir als letztes gemacht? Ja, wir hatten hier mit dem... Mit dem... Äh... Distrikt so ein bisschen Probleme mit der Versorgung. Das ist aber jetzt gelöst. Na genau. Die haben zu essen, die haben zu trinken. Das ist guck mal cool. Ähm... Ein anderes Problem war das Problem der Mitarbeiter... Also der Anzahl der Biber. Biber und Biberinnen. Das sind ja hier in dem Fall. Ähm... Ja... Da muss man ganz kurz mal schauen. Wie sieht es denn hier aus? Ähm... Ich kann weiterlaufen lassen. Es ist ja noch Nacht. Insofern... Ich hab hier maximal zwei Arbeitslose. Die ich theoretisch einsetzen könnte. Aber ne... Wenn hier jemand ne... Ich geh mal ganz kurz über die Liste durch. Wenn hier Leute sterben an Altersschwäche. Dann... Hätte ich... Habe ich mal ganz gerne so ein paar Leute in der Hinterhand. Die das eventuell dann kompensieren können. So. Das heißt hier haben wir nicht so wahnsinnig. viel Spielraum. Wie sieht es hier aus? Gleiches Problem. Da haben wir auch nur noch zwei Leute. Ähm... Übrig. Jetzt hat das Spiel wohl gerade automatisch gespeichert oder so. Deswegen wohl der... 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 Und... Insofern... Äh... Und äh... Insofern... Ist unser Spielraum das was wir hier machen können? Ein klein wenig begrenzt. Ein klein wenig begrenzt. Äh... Ich muss mal schauen wie sieht es überhaupt aus. Nahrungstechnisch sind wir hier gut versorgt. auch die Wasserversorgung ist äh... Gegeben hier ebenso. Äh... Ja, genau, das war einer der Punkte. Stimmt. Wasserversorgung. Ich hatte hier die Überlegung gehabt, ich wollte hier eine Pumpe hinsetzen. Und ich überlege, ob das hier eigentlich eine gute Sache ist. Oder ob ich nicht besser mit einer Hängenbrücke arbeiten sollte. Denn wenn hier irgendwann mal das Faulwasser durchgeht und so weiter, dann die Leute hier durchschwimmen zu lassen, ist keine gute Idee. Prinzipiell gesehen. Hintergrund der ganzen Geschichte war ja, dass ich das überhaupt gemacht habe, weil hier das Teil hier gebaut werden sollte. Da musste ich da diesen Wasserweg machen. Aber um jetzt hier hinzukommen, da würde sich hier eine Hängebrücke anbieten. Ich reiß das hier weg. Ich reiß das weg, ich gehe da stufenweise vor. Moment, um die Materialien nach Möglichkeit zu behalten. Das heißt, erst mal diese Brücke wegreißen. Sorry, das... Aber da hatte ich da... Da war ich nicht so weiter bei der Sache. Irgendwie. Als ich da die Idee hatte, das so zu machen. Parallel dazu würde ich auch schon mal vorschlagen... Entschuldigung. Ich glaube, das wird mir heute noch ein paar Mal passieren. Ich habe irgendwie einen frischen Hals. Hängebrücke, was brauchen wir da? Ich würde sagen, wenigstens zweimal eins. Sonst wird es eng. Moment. Ja, doch, klar. Da sieht man es auch in anderen. Das macht die Augen auf. Ich muss die hier gerade komplett lächerlich. Oh. 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 Ja, ich sehe das Problem. Oh. 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 Könnte klappen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da müsste ich dann die Leiter, die ich gerade weggerupt habe, die müsste ich aber dann in diese Richtung da hinsetzen, damit die da hochkommen. Das wäre, glaube ich, machbar. Wir versuchen das mal aus. Was ist heute mit mir los? Wir probieren das mal aus. Äh. Es ist, äh. Oh, nee. Nee. Erstmal Fahrt, damit wir davon kommen. So. Ist das gut? Okay. Ja. Cool. Ihr müsst heute ein bisschen nachsehen mit mir. Ich bin etwas mehr durch als sonst. Habe ich so das Gefühl. Also, Versprecher on top. So. Äh. Was ist hier los? Warum ist das hier so niedrig? Ein bisschen, ein bisschen. Oh. Oha. Es gibt jetzt hier, äh. Es gibt hier zwischen, zwischen Höhengrößen. Das war sonst nicht, sonst nicht. Jetzt geht es hier in 0,5 Schritten, äh, weiter. Auch eine geile Sache. Da kann man auch wesentlich genauer das Ganze steuern. Warte mal. Ich hatte da. Oh, ich meine, ich wäre hier immer auf 1 gewesen. Dann kann das sein. Oder auch auf 1,5. Hm. Ich lasse das erstmal so. Wenn nichts Schlimmes passiert, dann können wir den etwas höher ziehen. Dann, normalerweise komme ich hier mit zwei offenen, äh, Schleusen. Also, so, also fast offene Schleusen. Die habe ich ja hier auf 0,5. Ja, genau. Komme ich hier prima mit klar. Joa. Okay. Wie sieht es aus? Haben die da schon, die Sachen, natürlich nicht. Aber es sind nur noch drei Bretter. Das heißt, wir kommen voran. Oh, jetzt aber. Sehr cool. Äh. Äh. Dann würde ich vorschlagen. Wir haben schon mal gerade gerade. Wir haben jetzt schon mal zupigerweise jetzt hier, ne? Sind und so. Dann machen wir das so rum. Das sollte funktionieren. Da können wir ja nach Marschinen. Zack. Hier rauf. Und haben dann hier. Dann haben wir hier Zugriff. auf dieses Gebiet. Immerhin. Ist hier los. Da hat nichts mehr zu tun. Ach ja, genau. Wie sieht es hier aus? Da sind noch hier Rohholzer dabei. Da wird auch gerade was abgeholt. Dann lasse ich das noch. Dann lasse ich das noch. So. Entschuldigung. Wolfsbauer am Start. Hier sieht es soweit erstmal gut aus. Da sind die neuen Bäume gepflanzt. Die alten Sachen, die da von dort sind, werden gefällt. Da haben wir noch entsprechend Reserve, wenn man so will. Aber wir sind gut dabei. Ja, wir haben hier einiges an Holz auf Tasche. Hier muss ich abwarten, bis die soweit sind, dass ich hier wirklich was machen kann. Im Augenblick sind die hier nur so ein verlängerter Arm, der noch nicht allzu viel macht. Da ich hier noch keine Arbeitskräfte frei habe. Aber das wird. Da müssen wir jetzt durch. Das dauert eine Weile. Sobald das hier der Fall ist, dass ich hier was machen kann. Erstmal hier eine Holz weg. Klar, damit die sich selber versorgen können. Soweit wie möglich. Mit Holz. Da haben wir ja so ein bisschen alten Bestand. Und dann würde ich mich dann ganz gerne hier mal drum kümmern. Dass wir das dicht machen. Beziehungsweise, dass wir hier hingehen, um das da abzubauen. Dieses Faulwasser. Um beispielsweise Treibstoff zu haben. Für Roboter, die dann irgendwann mal kommen. Das ist doch noch Zukunftsmusik, aber da will ich hin. Was ist eigentlich hier los? Okay. Warum wird das geräumt? Was habe ich da gemacht? Ja. Moment. Kleiner Augenblick. Ich habe da so ein bisschen peinlich. Augenblick. Da läuft so ein bisschen die Nase. So. Warum? Was weiß ich denn? Warum haben wir denn das Gebäude geräumt? Habe ich da überhaupt nicht gemacht. Habe ich jetzt nicht. Habe ich da irgendwie die Einstellungen verändert? Und habe es selber nicht mehr auf dem Schirm? Also was die hier nicht bekommen sollen, weil ich da selber entsprechend hier im Hauptdorf, sage ich mal so, im Hauptdistrikt, entsprechenden Eigenbedarf habe, sind Kartoffeln. Hatten wir gerade gesehen, die sind alle, da ist alles leer. Ich muss mal ganz kurz in die Importeinstellungen, irgendwas läuft da nicht richtig. So. Moment. Die bekommen Wasser, das ist richtig. Habe ich in Bergen gemacht? Warum? Oh, kein Sinn. Äh... Eisenhausen. Hä? was denn da passiert ich meine gut wenn das teilt jetzt gerade leer ist dann mache ich mal folgendes damit das da so nicht so komisch aussieht ich hole den mal eben weg und moment umblick bau den dann komplett neu noch mal auf das ist ein kleines lagerhaus dann bitte mit einer gewissen eile das ganze herstellen oder aufbauen und da sollen rein karotten ach so moment augenblick daher ach ja die versorgen sich ja jetzt selber moment deswegen die ganze geschichte hat erledigt man sollte auch schon mal ein bisschen gucken moment umblick nein 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 so das teil bitte ja so absolut nicht mehr im blick gehabt die versorgen sich ja schon selber die haben ja hier schon ihre eigenen geschichten aber was die nach wie vor bekommen können wenn sie die haben möchten oder brauchen das sind natürlich bären also da sehe ich jetzt kein kein grund dafür den die bären zu verweigern so jetzt muss ich noch mal kurz durchschauen wir sind hier eisenhausen ist richtig nahrung importieren falls erforderlich das kann glaube ich so bleiben sollte sich da irgendwie ein pass ergeben würde ich dann hier das ganze umschwitzen wo sind die karotten import von würde ich sogar wenn du ganz klar ist jetzt kriegen die nicht alles klar so ist es jetzt richtig so soll es erst mal sein ja alles klar jetzt wenn ich wieder drin ist wenn ich wieder in der spur alles cool das läuft erstmal soweit hat sich hier mannschaftsmäßig das ist immer geworden obwohl ich eigentlich gedacht das wird besser aber nein das ist schon wieder jemand gestorben das ist genau die situation dadurch dass ich jetzt hier den einen in reserve oder vielmehr zwei in reserve hatte von dem jetzt noch einer da ist konnte ich das entsprechend kompensieren hier kann ich nichts kompensieren im augenblick die sind wir sind immer noch nicht so weit so was vielleicht keine schlechte idee wäre sitzen hier so wohnungs technisch aus doch los 0 freie betten 9 und das reicht erst mal das reicht erst mal keine aufgaben in reichweite also dass der kollege da hinten immer noch ja 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 ich wollte ich nicht ich wollte gucken und keine güte mehr vorredig das ist sehr gut dann kann das hier weg und jetzt guckt er dumm aus der wäsche und weiß nicht was er machen soll sehr cool das ist fertig dann kann der weg was würde ich jetzt noch eben machen wollen das kann weg ja und das kann auch weg und mit einer gewissen eile bitte die sachen da wegräumen so ok das gefällt mir schon wesentlich besser sehr schön ich könnte auch mal so ein wenn wir schon mal gerade dabei sind so ein bisschen weg vielleicht oder so ich lass das erstmal so immer schon so ein ansatzpunkt damit man weiß da geht es dann irgendwann mal irgendwie weiter wie genau wird sich dann zeigen müssen damit ist die erste folge der zweiten timber borne woche auch schon wieder geschichte ja war jetzt nicht so wahnsinnig viel was jetzt hier passiert ist hauptsächlich habe ich versprochen und war wie immer etwas desorientiert aber jetzt bin ich wieder drin und ja gut also neue neue sachen die uns da jetzt erwarten da sind wir ja so ein bisschen jetzt schlauer geworden und da gibt es einige wichtige und coole geschichten die da jetzt gemacht wurden wichtig auch ja diese 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 schützen die finde ich das ist sehr wichtig dass das jetzt realisiert wurde umgesetzt wurde von den entwicklern durch anregung durch die community ja da kann ich nur sagen vielen vielen lieben dank an die community die sich da entsprechend die idee hatten und sich das stark gemacht haben natürlich noch mal vielen vielen lieben dank auch an die entwickler die das an letzten endes umgesetzt haben so auch so können spiele in der entwicklung wachsen weitergehen und sich verbessern ich denke ich denke timoborn ist auf einen sehr sehr guten weg auf einen sehr sehr guten weg das wird ich weiß nicht wann der release sein wird ich könnte mir vorstellen dass so langsam in diese richtung geht so update 6 weiß ich nicht ob das das letzte update gewesen sein wird bis zum release da will ich jetzt mich da nicht zu weit irgendwie aus dem fenster legen und irgendwelchen unsinn erzählen ich gehe mal davon könnte durchaus sein dass da das ein oder andere update noch kommt aber ich habe so ein bisschen so mitbekommen so die wollen so richtung sich auch mal so langsam in richtung release bewegen ist ja ganz klar das spiel ist ja nun auch schon ein paar tage in der entwicklung so ok ich danke für euer dabei sein für euer interesse ich danke für dein interesse für dein dabei sein vielen vielen lieben dank ich hoffe wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder ich bin dann auch wieder etwas strukturierter am start und wünsche euch bis dahin alles gute genießt die zeit